Herzlich willkommen zu unserer Mini-Gesundheits-Serie Impulse für ein gutes Leben und Gesundheit. Über Ernährung könnte man jetzt ganz lange reden. Und ich möchte euch noch einen Impuls geben nach dem guten Frühstück. Ordne deine Ernährung. Wir haben oft zu viel Gekochtes gegessen, Fertignahrung, Brot, Pasta und so weiter. Und so kann das oft sein, dass wir 80 Prozent fertig gekocht, gebacken. Uns fehlen massiv in unserer Ernährung oft Vitalstoffe, Mineralstoffe. Und wisst ihr, wenn ihr euch oft müde, schlapp, konzentrationsunfähig fühlt, kann so eine Müdigkeit, die Mitochondrien sind, gar nicht. Unsere Lebenswerke sind nicht kräftig. Sie brauchen Vitalstoffe, Rohkost, lebendige Sachen. Und ihr habt früh schon euer Obst gegessen. Das ist schon mal gut. Früh sollte Obst sein. Aber ich möchte euch mittags nochmal daran erinnern, dass ihr einen großen, frischen Salat esst. Der braucht jetzt nicht unbedingt grün sein, sondern es können die Wintergemüse sein. Rote Beete, vor allem Kohl und Moorrüben und ein paar Äpfel dazu. Und die ganze Vielfalt, Grünkohl und Mangold und was ihr alles habt. Und diesen guten Salat, den peppt ihr so auf. Zum Beispiel erinnere ich euch jetzt in der Winterzeit noch an Sprossen. Holt sie wieder raus. Jeder von euch hat doch bestimmt so ein kleines Keimglas. Und wenn man die Keimlinge explodieren mit den Vitaminen und Mineralstoffen. Und im Winter ist es gut, wenn ihr zu eurem Salat dann hier die Keimlinge drauf macht. Und noch Nüsse drauf macht. So dass euer Salat, nicht bloß so ein kleiner Salat mit Tomaten und Gurke. Die haben jetzt, Tomate und Gurke ist jetzt nicht die Zeit. Aber peppt euren Salat, euren Wintersalat so gut auf, dass ihr richtig mit Mineralstoffen gedobt werdet. Jetzt habt ihr früh euer Frühstück. Ihr habt mittags, könnt ihr dann auch noch Gemüse essen. Ofengemüse mit Kartoffeln und ein bisschen Leinöl drüber. Und das ist ein großes, vollwertiges Essen. Und abends eine Gemüsesuppe. Also, wenn ihr Freude daran habt, hier in meinem kleinen Kochbüchlein 50 Rezepte für eine gesunde, vollwertige, regionale, saisonale Ernährung. Könnt ihr euch die gerne bestellen bei uns. Und ich möchte euch ermutigen, unser Immunsystem zu stärken mit vitalstoffreicher, wertvoller Nahrung. Und wenn ihr darüber noch mehr wissen wollt, auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr viele Gesundheits- und Kräutervideos sehen. Ich wünsche euch guten Appetit und eine gute Mahlzeit für die nächsten Tage. Fangt am besten gleich heute an. Ich wünsche euch die nächsten Tage.